Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote, jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travelstar-Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de. So, hier seht ihr die Main-Schiff 2, hier auf dem Hafen. Dankeschön. Wir haben heute eine gute Fahrt gemacht. Wir machen jetzt eine Kutterfahrt, eine hier in Oman. Hier oben sind über 400 Gäste, machen das. Und das ist ein Fußweg von 250 Meter. Vom TUI-Schiff sind wir jetzt einmal um den ganzen Block gelaufen. Und freuen wir uns, der Herr, und gehen jetzt hier auf dem Schiff. Hier oben landet auch ein Fliegerland. Qing viewed Ja, hier, ein Stück. Schöpfen Oh, ist ja ein Fetter. Hier kann man dann auf dem Ausflug eine Baritur machen, hier kann man dann ins Wasser spüren, hier in der Fjord, 23 Grad hat es mehr. Und anschließend kann man sich dann ganz schön auf dem Zug, das ist eigentlich wieder. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Auf der rechten Seite, liebe Gäste, kommen wir mal raus. Ich hab Zelfine gesehen. 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 Wir sind in der zweiten Seite. Es wird die Teilhelfe. 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 Die Teilhelfe. Wir haben die zweite Seite. Wir haben zwischen 45 Minuten und 1 Stunde. Ich hab Zelfine gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist der Jamel Haaretz, übersetzt auf Werbe der Frauen, der eine Höhe von 2087 Meter hat. Vielen Dank. 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 ... 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